Diese CD ist ohne DDT, ohne Hormone oder Salmonellen. Diese CD schmeckt nach Kräutertee, du kannst sie bei mir bestellen. Ich nahm sie auf mit bolivischen Bauern und ökologischem Xylophon. Auf einer alten Bandmaschine, nur mit einem Mikrofon. Fairtrade Music klingt voll scheiße, doch du fühlst dich trotzdem gut. Fairtrade Music wirf nen Euro in meinen ungespritzten Hut. Gutes Gefühl kannst du erwerben, denn kein Tier musste hier sterben. Und dann frag mal dein Gewissen, Fairtrade Music klingt echt beschissen. Diese CD ist ohne jede Idee, sie ist unausgereift studentisch. Doch die Kritiker lieben diesen Kram und nennen ihn sehr authentisch. Mit viel Gefühl und Gänsehaut, provokativ und doch verhalten. Diese CD ist ohne DDT, doch kann Spuren von Nüssen enthalten. Fairtrade Music klingt voll scheiße, doch verbessert unsere Welt. Fairtrade Music voll moralisch und gut angelegtes Geld. Fairtrade Music muss nichts taugen, schau in große Kinderaugen. Und dann frag mal dein Gewissen, Fairtrade Music klingt echt nicht schlecht.